Neunburg-Xamax und der FC St. Gallen lieferten sich ein Spiel für die Geschichtsbücher. Xamax ging nach exakt 19 Sekunden durch Nias 1 zu 0 in Führung. Nias erzielte den bislang schnellsten Treffer in dieser Saison. Nach 21 Minuten hätten die Neunburger ihre Führung ausbauen müssen, aber Binia verschoss einen Penalty. In der 37. Minute kassierte der Neunburger Federico Almerares eine zweite Verwarnung. Gelb-Rot, Almerares musste vom Platz, absolut zu Recht. Die Fans des FC St. Gallen waren zur Pause bitter enttäuscht. Xamax führte und stellte die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit wurde es richtig hektisch. Schellerbeer musste auch vom Platz. Er wurde verwarnt, applaudierte und bekam dafür die rote Karte präsentiert. Die Neunburger kämpften mit neun Feldspielern und sie erspielten sich weiterhin ausgezeichnete Torchancen. Nuzelo hätte für die Entscheidung sorgen können, Lupa reagierte toll. Es lief die 89. Minute. Der FC St. Gallen griff noch einmal an. Und schaffte tatsächlich durch Regazzoni den Ausgleich 1 zu 1. Die Neunburger waren tief frustriert. Nuzelo säbelte Regazzoni um. Auch dafür gab es die rote Karte. Jetzt standen nur noch acht Neunburger auf dem Feld. Und was passierte? Xamax griff noch einmal an. Triant. Mit dem 2 zu 1 in der 94. Minute. Unglaublich. Die Fans des FC St. Gallen wüteten. Es drohte ein Spielabbruch. Noch war die Partie nicht zu Ende. Xamax-Trainer Ole Nikol wurde auf die Tribüne geschickt. Und dann war dieses verrückte Spiel vorbei. Acht Neunburger gewinnen gegen den FC St. Gallen mit 2 zu 1. Die Emotionen während und nach dem Spiel waren unbeschreiblich. Eben ein Spiel für die Geschichtsbücher.